äh so ich habe ein schwein angeschossen rein tritt ich müsste langsam verrecken das vieh das problem ist eben halt erst mal finden weil die fiecher bluten dann und dauert es eben noch eine weile bis die wirklich verrecken zwei zombies 3 zombies nix dennis es sind die fischordnäckig es sind die fischordnäckig ja im gegensatz zu uns mache ich etwas konstruktives das kann warte mal ich brauche bullet casing ich kann das ist gut stimmt ich habe auch mal wieder ein level ab gehabt was machen wir denn jetzt warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal moment ja ne kann ich doch nicht warum nicht das kann ich nicht deadshot was ist denn deadshot das klingt ja brutal ähm shot them shot them dead with style increased your pistols increased your pistols chance to blow up hands or limbs with every rank leckum hier das ist ein bisschen eingeschmackig mit 6 wenn er mittlerweile hier auch warte mal wir haben noch ne hole haben wir das ja ne garden hole splatter gun wir haben doch kartoffelsie moment ja haben wir ja und ja die kann ich doch recept craft so dann kann ich doch kartoffeln anbauen oder theoretisch ja ich habe glaube ich sogar dünger okay ich mache mich jetzt mal auf den weg zum stall was jetzt können dann geht es ist tag es ist schön dann kann ich ja jetzt raus und äh jetzt kannst du erst raus du hast wohl ein dach schaden du hättest auch in der nachfahrt gehen können das ist natürlich ist alter was für ein zombie ich weiß es nicht ich bin grad wie schon gesagt ich bin jetzt ja selbst die nacht konstruktiv äh ja konstruktiver gewesen als du btf was denn ganz viele ich bin tot drei stück direkt vor unserem haus das nimmst du ganz viele ja jetzt kommen ja immer mehr die hast du angelockt cool hast du wenigstens was zu tun so spawn oh my bad ja komm schon spawn schneller ok ich muss meine tasche irgendwie haben ach man oh fuck die sind vor der tür können wir nicht mehr hin also warte doch ich hab ja hier noch die shotgun what the fuck ich kann mir schon zurück wie viel eisen erwischen 127 mei abgebaut gerade das ist wirklich ich kann mich nicht mehr das ist ich verschwende aber nicht die ganze munition ich bin schon wieder auf dem dreck weg ich habe gerade noch eine pistole gefunden mit ein paar schuss wo sind denn die ja jetzt alle tot ich habe eine pistole gefunden in dem einen gammelfleisch hier machte mal die leichen hier weg die du auf so Gut, Eisen wird geschmolzen. Geschmolzen. Jetzt haben wir jetzt noch eine andere Idee. Und zwar habe ich ja da hinten irgendwo ein Auto gesehen. Da werde ich jetzt mal nochmal suchen und auseinandernehmen. In der Hoffnung, dass wir Dings kriegen. Ah, ich habe das Problem gefunden mit dem Hohe CP-Auslastung, ne? Ja. Einfach mal einen anderen Codec vorbeigern. Und seitdem ist es eigentlich relativ gut jetzt. Bzw. die Meldung habe ich noch nicht mehr gehabt. Hohe CP-Auslastung. Gut. Du bist eh zu langsam für mich, mein Freundchen. Das sieht ja lustig aus. Das sah gerade geil aus. Was denn? Ich habe gerade einen Zombie getötet und während er in sich zusammengesackt ist, ist denen sein Kopf in den seinen Körper gepackt. Untouched. Das ist gut. Oh, wieder ein Ei gefunden. Ich bin halt Bosi, was denkst du? Ich würde sagen, wir machen das bis zur 14. Oder bis kurz vor der 14. Nacht, was denkst du? Ja, von mir aus. Weil ich, im Gegensatz zu du, muss ja noch hochladen. Hehe. Echt? Aber ich muss noch die anderen Videos weiter bearbeiten. Habe ich noch nicht gemacht. Welche jetzt? Von Minecraft. Noch nie gemacht? Ha? Noch nie gemacht? Ne, hochgeladen. Ja, und für morgen auch schon soweit vorbereitet. Ne, für heute. Für morgen noch gar nicht. Ja, ich hatte es mir schon offenbar, aber dann kam mir das für ihn und dann, ja. Ja, ist scheiße, wenn du kein Internet, wenn du wirklich das Internet hast, ne? Wirklich? Na gut, mit der, mit der Aufnahmeeinstellung brauche ich auch eine halbe Stunde, damit die Videos anländen sind, aber du brauchst dann zwei, drei Stunden. Plus. Das Minus lässt jetzt mal ganz gekonflikt, weil das eine E-Plus. So, die, die, die vorhergehende Folge nämlich einfach nur noch LAUF! Na, wer hat den Film Minority Report kennen, der müsste eigentlich die Szene kennen. Ich kenn's nicht. Du kennst den Film nie? Ne. Ja, ist echt ein Filmswert. mit Gott, wer ist denn der? Keine Ahnung. Ich traue meine Augen kaum. Ich habe eine Straße gefunden. Also eine große Straße. Okay. Eine jetzt härter. Mit Autos drauf. Nee. Das hat doch mal nicht so negativ. Es kann sein, dass wir da ein Spotlight drinnen finden. Verstehst du? Ja, hast du einen Dings mit? Eine Wrench? Hab ich, ja. Das ist ja unerberechtigt. Oh, shit. Und was wir da drin definitiv viel finden, das ist Benzin. Ich habe acht, haben wir doch sehr viel. Also ich habe jetzt noch einmal 100 Reihen. Okay. Stoff, Fätern, jede Menge Gasolin, Öl. Was brauchen wir? Ach ja, eine Wadrie. Das ist ja, eine Wurzelt – f ceasedверt. Ich bin froh, jetzt mal was ich. Nicht- Jo, ich bring sogar noch was zu essen mit. Wunderbar, wunderbar. Ein Auto, zwei Automobiles, drei Automobiles, vier Automobiles, fünf Automobiles. Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich weitergeht. Also wie es im Original weitergeht. Sieben Autos, mobile. Acht Autos, mobile. Neun Autos. So bestimmt nicht. Nee, geht eigentlich schon nicht so weiter, aber so egal. Wir waren sogar relativ nahe der großen Straße, ne? Okay. Wo wir den Schatz gesucht haben. Ja gut, das ist jetzt nicht nah. Na doch. So, gecrusheten Sand brauchen wir auch nicht. Doch, das, auf Deutsch gesagt, sind wir von uns auf der Straße schon gelaufen. Nur mal so am Rande. Okay, ich habe hier ein Schwein gespunden. Ja, ich habe auch Kredenz. Oh, water. Raw meat. Ja, raw meat ist es normal. Noch ein Hirsch. Hier. Hier, was? Auto. Longhunting knife. Da ist ne, ne, ne Radkappe drin. Äh, ich finde hier nur leere Fahrzeuge. Was ist ein Witz? Oh.